Hi, mein Name ist Franz und ich bin ausgebildeter Historiker. Historiker schaffen Geschichte. In diesem Video erfahrt ihr, dass jedes Gipfelkreuz seine eigene Geschichte hat. Dass jedes Gipfelkreuz mit viel Ausdauer, Demut, Schweiß, Zusammenhalt, teilweise Trauer, aber auch Freude errichtet wird. Dass hinter jedem Gipfelkreuz Menschen stehen. Mein größter Wunsch ist es, dass dieses Video einen Teil dazu beiträgt, dazu sensibilisiert, dass weniger Menschen in Zukunft auf Gipfelkreuze raufgaxeln und diese beschädigen. Dies ist die Geschichte vom Gipfelkreuz am kleinen Göll, das am 1. August 2020 errichtet wurde. Am Samstag, den 1. August 2020, trafen sich rund 40 Bergfreunde im Kuchler Ortsteil Gasteig, um ein Gipfelkreuz auf den kleinen Göll zu tragen. Es gab zwei Zeitpunkte, zu denen zwei Gruppen zusammentrafen. Da ist der Hinsgipfelkreuz. Der Hintergrund für die Errichtung des Kreuzes ist ein trauriger Anlass. Am 22. März 2018 wurden drei Österreicher viel zu früh aus dem Leben gerissen, als sie bei einer gemeinsamen Skitour auf die Königsspitze in Sulden am Ortler von einer Lawine erfasst und mitgerissen wurden. Unmittelbar nach dem Unfall wurde von einem der Freunde die Idee geboren, ein Gipfelkreuz als Ort des Andenkens für die drei zu errichten. Das Kreuz wurde von Lukas Pittel aus Tirol gefertigt und musste noch für weitere eineinhalb Jahre in der Garage verharren, bis es nach einem Genehmigungsmarathon bei den Behörden endlich für den Berg bereit war. Für genau den Ort, an dem die drei verstorbenen Freunde die Freiheit so intensiv spüren und erleben konnten, nämlich am Gipfel eines Berges. Da der Ort im Naturschutzgebiet Kalkhochalpen liegt, musste das Kreuz mit seinen rund 100 Kilogramm zu Fuß getragen werden. Geflogen werden durfte nicht. So trafen um 6 Uhr in der Früh in der schönen Aussicht die Ortsstellen der Bergrettung Golling und der Bergrettung Hallein zusammen, um für die Initiatoren ehrenamtlich das Kreuz auf den kleinen Göll zu tragen. Zuerst konnten wir noch gemeinsam über eine Forststraße zufahren. Die letzten 900 Höhenmeter musste das Kreuz jedoch zu Fuß durch steilen Wald getragen werden. Und genau hier beginnt unsere gemeinsame Geschichte. Nun, da ist ein Bar fill am Oberbohin. Und unten da noch dann ist er hinten cena. Nicht nur so長. Das ist ein Unterhalt wirklich. Oder nur soえて das als Fensterplot. Geflogen? asingst duf jäksigel? ARCIA Ha 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 ha! Schau mal, dass sie gehört ist. Oh, das ist auch schön. Mein Vater, das ist gern. Aber du hättest ein paar Schnupsen. Nein, 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 nein. Ich kann auch nicht holen, dass das noch mehr da ... Das machen wir heute noch mal. Das machen wir heute noch mal. Das geht dann zum Glück eigentlich an. Das machen wir gleich. Und da kommt der Schiff in den Norden. Vorher auch keine Ahnung. Ich bin hier. Das ist ein Schiff. Wir können immer noch mal anziehen. Da muss ich gleich temporary machen. Das ist große Bissche. Ich darf mal kurz nehmen. Ja, das ist bei uns. So ist es. Ich bin hier. Ich bach mal kurz. Und ich glaube, das ist richtig gut. Geht's Tom? Geht 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 Ja, du luchst, bitte. Du luchst, bitte. Wir nehmen dahinten. Ja, oder? Ja. Du hast eine Sotter am Kreuz. Ja. Ja. Seit unten ist es noch schlecht. Da wird es ja beim Heike auch gefeiert. Der Heller hat auch gehalten. Ja, ich sehe ihn. Wir lachen dabei. Dann geht es leise gut. Leise gut. Da sind wir gut dabei. Ich setze mit dem Kreuz schneller als ein anderer zu Fuß. Da unten ist ein Seltsachtal. Da sind wir gestartet. Bergrettung. Alles angesichert. Was? 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 Melde, keine Verletzten. Jetzt ist ein Gipfelkreuz. 850 Kilometer. In einer Stunde 45. Das ist ein Gipfel. Brutal. Ich habe keinen Öffner mit. Bergrettung Hallein. Ich wollte noch Bescheid geben. Ich wollte noch Bescheid geben. Die Mutter von der Tamara haben wir wieder runtergeschickt. Ja. Ähm. Die Schufe von der Tamara. Normalerweise lässt du es halt einfach so da, gell. Und dass dann irgendwann einmal die Zeit vorbei ist. Ich sehe die hier sitzen. Ich finde sie gerade voll traurig. Jetzt ist wenigstens ein Platz da. Ja. 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 Da war ein Hammer drum. Ja. Der hat Schmolz. Ein bayerischer Schmolz. Er braucht keinen Homma. Super Kameradschaft. Da wird sogar beim Schrauben zusammengeholfen, musst du dir vorstellen. Herrliche Berge, Sonnegehöhen der Kameraden zu hören. Das ist ein bisschen nervös. Willst du das ausgehen? Kein Silikon, kriegt er das nicht. Was ich nicht kann, kein Silikon. Echt? 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 Für die Leute, dass du das leistens. So. Pasch,ja. Hey! Hier sind meine Leute. G Crash mal hier. Der Rest muss klatschen dann. Da Da brauchen wir zuschauen! Klatschen ein bisschen. Klatschen! Los click,緊 dieience dazu. Geben eh. Eigentlich steht er schon gerade an Arbeit. Ich mach' mal mit dem Zoom. Der Beinbaum steht, da klatscht es auch, aber der steht da nicht in der Mitte. Warum lasst er sich nicht? Zu, wie wird's von da? Ja, ja, wo ich? Da war er ein bisschen drin, oder? Ich bin ja schon drin. Ich muss ja eh nicht rausbauen. Wir werden mich außen nicht. Jetzt sind wir hier unten. Wie weit geht's hin? 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 Ja, aber die Lächeln passen. Das muss ich noch ein bisschen, schon immer. Mein Alpergehen hat sich verzogen. Ja. Noch mal so ein bisschen. So zu suchen. wenn wir den weinen machen. Ja! Gut machst du das, Linda? Ja! Lindi! Wie schaut's aus? Gewaltig! Pest! Passt sicher! Wo ist die Windsteine? Dann ist halt eine Wänge drin. Wurscht! Wurscht! Du kannst auch die Windsteine durchfahren, wenn du willst. Die habe ich auch. Kauschatten! Kante! Da drüben lagert mein Rucksack. Hinten kann man sehen. Haben die noch geklemmt worden? Was weiß ich aus? Lindi! Mit I hinten! Nicht mit A! Nein! Mit I! Merkt euch das, Leute! Lindi mit I und nicht mit A! Sonst? Erich hinten, halbe Bier! Du zum Ding dazu! Au! Und dann sag ich auch noch was. Und dann befestigen wir die Herznamen am Kreuz. Mhm. Und dann kommt, äh, kommt der Lesung, kurz die Bibelchen. Und dann kommt noch ein Text von den Eltern vom Arten. Mhm. Und dann beten wir von uns. Und dann kommt der Segen. Ja, ist doch der Lesung. Wohin trägt sie was? Ja, da sitzt sie. Wir haben das Bier schon geweiht. Genau, und, gell? Ja. Ja, das ist ein bisschen so. Musik Ja, dann sag ich dir das Gott. Schön, dass wir hier oben sind, alle im Kuntland. Mir hat die Bianca am Donnerstag angerufen. Ich bin der Arno Stockinger. Ich bin in Burg verantwortlich für die Pfarr. Und dann haben wir uns das so ausgemacht, dass wir heute hier oben sind und das Kreuz und die Herzen segnen wollen. Und eigentlich geht es darum, die Tamara, den Andi und den Martin nochmal hereinzuholen. Und deswegen ist es schön, wenn wir eine kurze Feier miteinander heroben haben. Und wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dass wir das jetzt so sehen, das Kreuz, wie es da steht, da ist viel Schweiß geflossen. Nicht nur heute, sondern in der letzten Zeit. Es ist viel Arbeit gewesen. Du hast gesagt, ein ganzes Jahr. Was allein die Arbeit, dass die Genehmigung gekommen ist, dass man es herstellen kann. Dass wir heute stehen hier und an die drei denken, die vor zwei Jahren abgestürzt sind, aus der Mitte heraus, aus dem vollen Leben herausgerissen. Und dieses leere Loch bis heute da haben. Und zugleich, das ist das eine. Das andere ist, dass die Beziehung von euch, die ganz unterschiedlich ist und doch sehr dicht, sicher nicht weniger ist als vor zwei Jahren. Und dass wir da stehen, dass ihr das alles gemacht habt, das ist auch Ausdruck dieser Beziehung zu den beiden. Ihr habt zwei Zeichen mit heraufgebracht. Dieses Kreuz, das da so toll dasteht und die Herzen und das Gipfelbuch und die Fotos dazu und die Kerzen. Die erinnern euch und uns an die Tamara, an den Martin und an den Andi. Und ich lade euch alle ein, dass wir am Anfang einen Moment still sind und hinhorchen und vielleicht schaut, vielleicht habt ihr so ein Bild von den dreien. Oder vielleicht von Anna oder von Am, weil nicht alle, denke ich, mit allen dreien gleich nahe sind. Und dieses Bild holt euch einmal her. Ja, dieses Bild. Manche von euch sind ja den ganzen Lebensweg mitgegangen. Die Schwester, der Vater. Wir holen auch die Mama herein in den Kreis, die es netter Bock hat, heraufzugehen, aber die mit den Gedanken ganz sicher jetzt heroben ist. Und die Eltern von Martin, die auch mit den Gedanken da sind. Und ganz bestimmt auch die Eltern von Andi. Ganz sicher auch, genau. Und sie sind jetzt da bei uns. Es gibt dieses Bild, dass man sagt, sie schauen von oben herunter. Das ist ein bisschen... Ja, aber vielleicht passt sie eh ganz gut, das Bild. Ich habe gehört, die Tamara ist auch gern geflogen. Und der Andi auch, ja. Und der Andi auch. Insofern ist die Vorstellung, dass sie herunterschauen auf uns. Jedenfalls sind sie verbunden mit uns. Und Bianca, du hast diese drei Herzen machen lassen. Der Andi hat es geschnitzt. Was verbindest du mit den Herzen? Was bedeuten die dir? Nein, das soll einfach nur ein Symbol sein, dass auch wenn die drei nicht mehr da sind, dass sie trotzdem nur in unserem Herzen sind und dass sie in unserem Herzen weiterleben. Genau. Schön. Und die kommen dann aufs Kreuz drauf. Genau. Und mit dem Kreuz verbindet ihr ja auch viele... Ja, das ist ja nicht zufällig so, wie es da ist. Die Form hat eine genaue Überlegung gehabt. Tiroler Künstler hat euch das gemacht. Ihr habt ihm gesagt, wie ist es jetzt? Tom, kannst du uns ein bisschen was zu dem Kreuz sagen? Also im Endeffekt, das Kreuz selber, das ist vom Lukas Pittl in Tirol gemacht worden, hat jetzt mittlerweile auch schon ein paar Wege hinter sich, weil es war erst in Tirol, dann war es erst einmal eineinhalb Jahre in Waagroa, wo wir auf die Genehmigung gewartet haben und eigentlich auch einen neuen Platz gesucht haben, wo das gut hinpasst. Also das hat so schon recht lang gedauert. Und die Form von dem Kreuz, im Endeffekt steht zum einen natürlich ein Jesus da. Dann hat mit den drei Streben auch die Dreifaltigkeit und so weiter. Die Grundform vom Jesus ist natürlich gegeben. Zum anderen steht aber auch eigentlich so eine Art Zugvorrichtung vom Freund da oben. Und ähm, Friend, also steht halt für Freund und das sind halt drei Freunde. Und das sieht man da auch mit den Metallstreben. Die kommen von einem heraus. Also die haben halt einen Ursprung einfach, genau. Und ja, das ist so eine Form vom Kreuz einfach. Und natürlich die Form auch der Licht- und Schattenwurf und Sonnenauf- und Untergang eigentlich durch die Form sind noch stilistisch so dargestellt. Und das kommt auch im Kreuz nochmal zum Ausdruck, dass die drei Beziehung gehabt haben und dass ihr Beziehung habt zu ihnen. Genau. Weil Herzen sind ja, du hast schon gesagt, sind Zeichen für Beziehung, sind Zeichen für Liebe. In den Herzen wird etwas sichtbar, was euch trägt und was euch verbindet. Und das Kreuz, das hat ja zwei Achsen. Die eine Achse ist die, die so ausgestreckt ist. Und die steht auch für die Verbindung, die Freundschaft untereinander. Das Miteinander, das Zusammenhalten. Einer allein hätte es nicht rauftragen können. Einer allein hätte es nicht geschafft. Nur miteinander geht es. Auch beim Raufgehen, das Aufeinanderachten zu schauen, wer ist ein bisschen langsamer, wer braucht das, noch wer im Hüft. Wer rennt vorneweg, hat die Power und die Kraft. Das ist diese Achse. Und dann gibt es die Achse von unten nach oben, die zeigt, dass Leben einerseits Tiefe braucht und auch Höhe. Und dass das auch oft in der Spannung steht. Wenn die Tamara, wenn der Andi mit dem Paragleiter fliegen, geflogen sind, dann haben sie von oben herunter geschaut. Und ein Leben ohne Tiefe hat auch keine Wurzeln und heute nicht. Ihr habt das Kreuz ziemlich in die Tiefe auch verankern müssen, damit es fällt. Und das Spannende für mich ist, dass diese beiden Achsen zusammenkommen, dort wo bei einem Menschen, im Menschenkörper das Herz ist. Und damit verbinden sich die beiden Symbole noch einmal wieder. Das Miteinander der Freunde, der Freundinnen, der Eltern, die die drei in ihr Herz genommen haben. Das oben und unten. Deswegen finde ich, ihr habt hier ganz stimmige Zeichen geworden. Und ich finde es schön, dass hier etwas verbunden wird. Und nicht nur für die drei und nicht nur für unseren Kreis heute, sondern eigentlich für alle, die hier raufkommen. Ihr habt euch erzählt, wie ihr den Platz ausgesucht habt, dass ihr vorbeigekommen seid und gesagt habt, da fehlt noch etwas. Der Dom und ich sind einmal auf und wollten uns ein wenig den Kuchlerkamm anschauen. Und dann haben wir das Platz da gesehen und dann haben wir uns angeschaut. Und wir haben beide die gleichen Gedanken gehabt, genau. Dass da eigentlich ein fester Platz für einen Gipfelkreuz war und so ist das entstanden. Genau. Und ihr habt das Kreuz schon befestigt im Boden und jetzt ist der Zeitpunkt gut, dass ihr die drei Herzen ans Kreuz befestigt. Das machst du, ihr zwei macht es und die Jenny. Jenny, weil du möchtest gerne das Herz vom Andi, oder? Genau. Möchtest du das Herz vom Andi? Ich mag das vom Andi. Die Schrauben liegen schon. Ich brauche jetzt bitte nur einen Akkuschrauber. Und während die drei das machen, habe ich die Frage, ob sie von der Musi nochmal ein Stück spülen kannst. Julius, möchtest du das von der Dumme machen? Jetzt schützt sie da. Ich schützt sie da. Also wir hätten uns gedacht, wenn die Dumme das mit Klametto machen würde, dann würde ich besprochen. Nebeneinander hätten wir es gerne und die Dumme in die Mitte. Dann gibst du einfach an. Genau. Ich halte das hin und du schaust. Geht? Ja, das wäre eigentlich viel schön. Oder soll ich halten und du schauen? Ja. Ja, das ist sehr schön. So schön sieht es aus. Schau mal, wenn Ostloch ist. Schau mal, wenn Ostloch ist. Schau mal, wie sieht das aus? Schau mal, wie sieht das aus? So? So? Geht schon. Nein, scheisse. Komm, steck da offen. Schau mal. Schau mal. Schau mal, schau mal. Schau mal, schau mal. Jetzt auch. Jawohl. Schau mal. Geilwaltig. Das Loch bleibt, die Leere bleibt, die drei sind nicht mehr da. Und doch sind sie ein Stück da in unserer Beziehung, in unseren Herzen. Und dafür stehen die drei Herzen. Ich möchte euch ein kurzes Stück aus der Bibel gern mitgeben, das mir sehr wichtig ist. Es ist ein Stück aus dem Ersten Testament, aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Weisheit. Das ist ein Buch, das der Frage, was zählt wirklich im Leben, nachgeht. Und da gibt es so eine Stelle, die sagen, wenn wir auf Gott vertrauen, wenn wir vertrauen, sag ich jetzt in unserer Sprache, dass es eine Tiefendimension im Leben gibt, die uns haltet. Dass es etwas gibt, auf das wir zugehen und das uns verbindet mit der Ewigkeit. Wenn wir auf Gott vertrauen, dann sind wir in seiner Hand gehalten. Das ist ein menschliches Bild, aber ein sehr stimmiges Bild. Und wir sind in dieser Hand gehalten und geborgen und geschützt vor allem Leid. Das Leid ist nicht weggenommen, aber wir sind drinnen gehäuten wie in einer Hand. Wenn ich diese tiefen Dimensionen nicht wahrnehme, sagt die Bibel, dann sieht man nur den Tod. Dann sieht man nur den Abschied und sieht man nur die Leere. Und nur Unglück und Vernichtung. Wenn wir aber dieses Wissen darum haben, dass was weitergeht und das was uns hält und das was gibt, auf das wir zugehen, dann können wir uns darauf verlassen, dass Gott treu zu seinem Wort steht und wir in seiner, in ihrer Liebe sein werden. Und dass es nie ohne Erbarmen sein wird und ohne Liebe. Ich finde es spannend, dass vor 2000 Jahren die Menschen die gleichen Fragen gestellt haben wie wir. und uns auch Antworten gegeben haben, die vielleicht für uns heute auch wichtig sein können. Ihr alle verbindet mit den dreien was und jetzt haben wir Zeit und Raum, wenn wer das möchte, was zu sagen. Ein Dank, eine Bitte, einen Wunsch zu den dreien, es muss nicht sein, aber jeder der möchte, jede die möchte, kann jetzt was sagen. Ich möchte jetzt einfach einmal für die ganze Familie vom Andi sprechen. Ich weiß nicht, ob außer dir, sonst eigentlich irgendwer da ist, gell? Mit dem Johannes, mit dem Bruder vom Andi habe ich vor einer guten Wochen telefoniert. Und wir haben uns darüber unterhalten, sie haben auch nicht gewusst, ob sie jetzt da sind. Sie haben nämlich Heiselbraun daheim gerade und haben einen ziemlichen Stress halt. Auf jeden Fall, warum ich, wegen dem Andi etwas zu sagen habe, den Hintergrund, dass ich mit dem Andi ein paar Mal etwas gemacht habe, mit dem Andi unterwegs gewesen bin und ich bin unter anderem in den letzten zwei Wochen dreimal sogar mehr oder weniger vor der Haustür bei ihm fast vorbeigefahren. Und da habe ich natürlich noch einmal an das Kreuz denken müssen und eben an die Odyssee, die eigentlich mit dem Kreuz verbunden ist. Und ich bin sehr froh, dass das Ganze jetzt heute eben stattfindet. Und ich möchte mich im Namen von der ganzen Familie vom Andi, aber auch als Freund bei euch allen bedanken, dass ihr heute da seid. Und speziell eben bei der Bergrettung Hallen und Goling. Also das ist ein Wahnsinn, was ich es da heute für eine Leistung verbracht habe. Und das Zeug da in der Zeit auftragen. Danke einfach und danke, dass wir die Möglichkeit haben, nicht nur in Andi, sondern auch die anderen zwei, dass die jetzt da sein dürfen. Danke. Ja, liebe Leute, ich bin der Foto von der Tamara. Ich sage gleich mal als erstes einen recht herzlichen Dank, weil ich weiß nicht, wie lange es ihr reden kann. Ich ziehe den Hut für euch. Es sind ganz, ganz besondere Leute. Und ich habe nirgendwo in so einem Zusammenhang erlebt, dass wir bei euch da herinnen. Wir sind Flachlandler. Wir sind vom Waldviertel in Niederösterreich und haben mit den Bergen an und für sich überhaupt nichts zu tun gehabt und nichts zu tun. Tamara ist reingewachsen da in den Nationalpark. Auch gekommen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, 2013 oder so hat sie einen Job gekriegt und hat sofort die Liebe zu den Bergen entdeckt und alles gemacht, was man halt da machen kann. Turm, Graxl, zum Flieren hat es angefangen. Und dann hat es halt einige von euch da kennengelernt und ist eine von euch geworden. Und ich bin so stolz auf meine Tochter gewesen. Ich kann nur mehr Dankeschön sagen, dass ihr das da organisiert habt. Und ich bin froh, dass ich es geschafft habe mit meinem zweiten Dirndl, dass wir rauf gekommen sind, weil für uns ist das schon Höchstleistung. Ja, ist ja so. Und wir haben es leider nicht geschafft. Aber ich bin dankbar, dass ich dabei sein kann. Und ich bitte mir vom Herrgut da oben, dass euch alle und eure Kameraden immer begleitet und beschützt und auch unsere drei Verstorbenen werden sicher bei euch sein Gedanken und vielleicht einmal so geht es als Vater, wenn es ganz ein Haariger wird oder was vielleicht einmal zurückziehen, eher als wir nicht. Dankeschön an euch alle. Ich hab von der Tamara ein bisschen Aschen mit und wir haben schon ein bisschen was in Ordnung gelassen von ihr und ich möchte auch da jetzt gerne noch ein bisschen was von ihr herum, wo mir geht da wie in den damals noch ein bisschen. Einfach... Der Wind geht in die Richtung. Der geht in die Richtung. Zu uns. Zu uns. Zu uns. Genau. Zu uns. Genau. Das liegt da mir. Magnobe, was sagen im Moment? Oder lassen wir es einfach so sein einmal? Ich wollte einfach sagen, aber ich krieg jetzt nichts raus. Nein, du kriegst nichts raus. Nein, das passt. Ich kann nur sagen, ich würde gerne sagen, dass die Tamara sicher gerade voll, voll stolz ist auf die Onkel Julius und die Petra, dass die da raufkommen sind. Das ist eine wirklich große Leistung für euch. Ich hab mir nur ausgetreten, immer gesagt, gespürt beim Atem. Ich fuhste nie in die Berge und es war nicht ohne bei der Hitze und überhaupt. Tausend Höhenmeter, alle Achtung. Ja, super. Wir haben heute noch gut Zeit zum Reden. Und es ist gut, wenn wir das machen, weil es ist wichtig, das zu leben, also zu teilen, was ihr voneinander wisst und von den dreien wisst. Deswegen ist es wichtig, so Momente zu haben. Du hast einen Text dabei von den Eltern von Martin. Genau. Die Ferschmanns haben mich gebeten, dass es ihnen wichtig ist, dass ich zwei Versen oder Gedichte vorließe. Der erste ist Der Engel in dir. Der Engel in dir freut sich über dein Licht. Der Engel in dir weint über deine Finsternis. Aus seinen Flügeln rauschen Liebesworte. Gedichtete Liebkosungen. Der Engel in dir. Er bewacht deinen Weg. Lenk deinen Schritt engelwärts. Der zweite hat mir der Herr Ferschmann geschrieben. Den hat er aus dem Kalender vom Dom, den er letztes Jahr gemacht hat. Das hat ihn sehr berührt und deshalb sind wir den jetzt auch noch vortragen. Und ich bin mir sicher, die sind gerade in Gedanken ganz tief bei uns. Ich stieg über die Wolken hin, um zu erfahren, wo die Unendlichkeit endet. Ich stieg über die Wolken hin, um mich in einem zeitlosen Raum zu verlieren. Jenseits der Wolken stieg ich hin, um die Harmonie der Welt wiederzufinden. Das ist es. Die Achse nach oben. Danke. Du hast schon gesagt, dieses Miteinander ist spürbar. Und es ist gut, dass wir das Miteinander haben hier in dem Kreis. Und es ist gut, dass wir das Miteinander aber auch haben, vielleicht ein bisschen weniger in der Gemeinschaft derer, die sagen, Christus ist, Jesus ist für uns wichtig. Und wir versuchen in unserem Leben, diese tiefen Dimensionen mit ihm zu leben und zu beuten. Ein Gipfelbuch, merkst du zu dem? Ich weiß ja, du wärst viel nett. Wir haben jetzt extra noch ein Gipfelbuch gemacht mit Fotos von den Dreien drin. Und es steht auch drin, was passiert ist. Und dass wir das aufgetragen haben und aufgestellt haben. Und uns trotzdem voll gefreien, wenn sich jeder, der will, eintragen wird. Das sind dann auch gleich die ersten Einträge. Und ihr habt es euch doch verdient. Ihr habt es euch aufgeschleppt. Und ja, wir würden uns voll gefreien, wenn ihr euch eintragt. Genau. Und jetzt landen wir bei dem, was die erste Anfrage am Telefonat war. Das Segnen. Ja? Segen heißt ja, sich Gutes wünschen. Und Gutes zusagen. Und genau das tun wir jetzt. Wir bitten Gott um Segen. Um Segen für die drei Herzen und für das Kreuz. Und für uns alle. Und jetzt darf ich dir das Wasser, das Weihwasser in die Hand geben. Wir bitten dich Gott, segne diese drei Herzen. Das Wasser, mit dem wir sie besprengen, ist das Zeichen des Lebens, das über den Tod hinausreicht. So mögen die Herzen Zeichen der Beziehung und der Liebe sein. Von ihnen soll Segen ausgehen für alle, die heute da sind. Für alle, die mit Tamara, Martin und Andi verbunden sind. Gottes Segen begleite sie und uns alle. Amen. Magst du die drei Herzen mit dem Wasser besprengen? Wir bitten um Segen für dieses Gipfelkreuz. In ihm verbinden sich die beiden Achsen der Wirklichkeit in dem Punkt, der bei uns Menschen das Herz ist. Wir bitten um Segen für dieses Kreuz. Für Tamara, Martin und Andi und für alle, denen die drei wichtig und wertvoll sind. Wir bitten um Segen für alle, die dieses Kreuz gemacht und hier heraufgetragen haben. Für alle, die hier heraufgekommen sind und die auch in Zukunft hier heraufkommen, um bei diesem Kreuz einen Augenblick des Verweilens zu suchen und hoffentlich zu finden. Gott schenke deinen Segen und dein Wohlwollen. Amen. Tust du das Kreuz auch noch? Tom? Und zum Schluss beten wir für uns alle noch einmal um Segen. Guter Gott, wir lassen Tamara, Martin und Andi ein Stück weit los und halten sie zugleich ganz fest in unseren Herzen. Danke, dass wir sie bei uns hatten. Danke für alles Schöne und Gute, das wir durch sie erfahren durften. Wir danken dir, dass du deine Arme weit ausgebreitet hast und sie liebevoll aufgenommen hast bei dir. Wir bitten dich, sei du in unserer Trauer bei uns und lass auch uns einst in Frieden zu dir heimgehen. Stärke uns, du liebender Gott, und segne uns mit väterlicher Kraft. Berge uns, Gott, in deinem mütterlichen Schoß. Verbinde uns, Gott, in versöhnender Liebe. So sei der Segen Gottes mit uns allen. Und darum bitten wir dich, Gott, den wir Vater und Mutter nennen durch deinen Sohn Jesus Christus in in der Weisheit Heiligen Geistes. Amen. Wir werden jetzt hoffentlich noch ein Stück Musik hören von euch. Wir werden noch ein Stück hier oben bleiben und uns dann wieder auf den Weg hinunter machen. Und das ist etwas sehr Wichtiges und Symbolisches. Wir gehen wieder von diesem Gipfelpunkt in den Alltag zurück. Und dieses Spiel des Aussteigens aus dem Alltag und das Wieder-Zurück-Gehen in den Alltag, das kennt ihr als Berggeher und Berggeherinnen bestens. Wir gehen zurück in den Alltag unseres Lebens mit der Lücke, die bleibt, weil die drei fehlen. Wir gehen herunter vom kleinen Göll und lassen diese Zeichen hier oben zurück, weil die Verbindung zu den dreien bleibt über diesen Tag hinaus. Danke fürs Miteinander feiern. Danke fürs Dasein. Bitte um ein Stück Musik. Danke. Danke. Danke auch an dich. Jenny, willst du jetzt... Wer mit dem Weihwasser segnen will, er steht hier. Musik 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 Danke, dass du gewidmet hast. Ja, ich war weit vom Angesuchten da gewesen. Hat gespaß. In der Zeit gibt es Tränen, genau. Ja, mehrheit auch schon ein paar Mal. Das ist sie also. Die Geschichte vom Gipfelkreuz auf dem kleinen Göll. Ein Kreuz zum Andenken an unsere viel zu früh verstorbenen Freunde, Andi, Tamara und Martin. Macht's es gut und passt's auf uns auf, wo immer ihr Satz. Wir vermissen euch, Andi, Tami und Martin.